Herzlich willkommen zur Anfrage hier bei 7DSOD. Ich bin nur endlich angekommen. Na dann können wir aufziehen, ne? Ne, da trägt man gleich was. Und zwar... Am besten kann man einfach halten. Das ist eine gefährliche Runde. Gut. Getrunken haben wir noch was? Ist immer noch heiß. Hier werden wir sehen, dass wir jetzt hier innen drinne mal vorwärts kommen. Da oben geht es nicht. Hier unten soll eigentlich gesalbert sein und auch gesucht. Ich wollte mal hier nachschauen. Nehmen wir hier den Hammer. Gut, nix. Dann gehen wir um. Dann werden wir umbauen zur Axt. Weil das bin doch besser. Dann haben wir den können wir nach oben nehmen. Und den nach unten. Dann brauchen wir den nicht mehr lange sortieren. Und jetzt gehen wir nach oben. Sohle und auf geht's. Hier muss er irgendwo... Ach hier. Leiderin. Hier zur Treppe. Wir müssen ja hier ein bisschen untersuchen noch, ne? Die waren doch noch nicht fertig. Immer noch heiß. Hier geht es um einen höher. Hier war eine Kiste. Irgendwo eine Kiste. Hier. So. Das werden wir jetzt mal gucken. Wir haben ein bisschen Holz. Stellen wir mal 10 Stück her. Wir nehmen die nach oben. Die können wir hier lassen. Die brauchen wir gar nicht mitnehmen. So. Das werden wir jetzt hier wieder runterfallen. Ne? So. Gut. Das haben wir aufgeräumt. Das Loch. Jetzt können wir hier was bauen. Mission. Und zur Axt. Geben wir rüber. Und... Mission. Mission. Das fing mit dem Bein gebrochen hier. Mission. Na gut. Das müssen wir auch mal machen. Aber wir müssen sehen wie unsere Base fertig kriegen. So. Jetzt sollen wir eine Aufgabe nach oben suchen. Hier war... Nix weiter. Ja, wie es war. Ich weiß. So. Hier ist noch was Schönes. Wo ist hier das? Wo ist hier das? Warum sie unsere Unnütz Munition vergeuden? Wir kriegen... Kriegen wir auch XP. Aber das ging wirklich gerne harm. Denn so schnell... Gibt keine... Äh... Munition auf Stahl. Das Haus ist ein Geier. Kann auch bleiben. Hier... Sehr gut. Aber auch... Hier auch schon guckt. Ich bin ja neugierig, was hier hinter ist, ne? Da wollen wir umbauen. Zwei... Picke. Picke. Mal reingucken, ne? Da war zu holen, ist die andere Frage. Ja, aber das muss ich nicht. Da ist was zu holen. Schau mal nach. Ja, gut. Hier haben wir es mal gewesen. Wir sind in den Kreis gelaufen. Wo geht es jetzt hier hoch? Das ist die gute Frage, ne? Normalerweise... Ja. Das muss davon daher kommen sein. Ja, das geht nicht nach oben. Schau mal. Irgendwo. Da kommen wir her. Wir haben schon geguckt. Ja, gut. Hätte ja sein können, ne? Also da geht es noch hoch, irgendwie. Oh, er hat mich geirrt. Dann wäre es äußerst ärgerlich hergefahren, ne? Wegen einer... Wegen einer... Kiste, die... Ne... Wegen einer Flaschen kann man es machen, ne? Klebeherstellung und so. So, hier ist ein Lüft normalerweise. Ja, das muss ich jetzt mal wieder hoch. Schau mal nach. Da geht es hier hoch. Muss ja irgendwie. Zehntausend. Zehntausend. Jetzt auf den Schal. Wahnsinn. Nur mal einen Blick riskieren dahinter, was dahinter ist. Muss ja irgendwas sein. Da ist ein Leiter. Da ist ein Leiter. Und dafür. Tja, ne? Wo ist hier drinne? Ein tiefer Bestand. Geh mal hoch. Das große Wissen kommt jetzt. Da kommen noch zwei Etagen. So. So. Steht mich nicht, Junge. Saß. Laufen! 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 Gehen! Gehen! Junge, Junge! War doch knapp wieder! Arterinausch! Junge, ich hab noch einen Tag gehabt, den zweiten! So, mal ganz kurz warten, bis wir uns wieder erholt haben. Ob jetzt war eine Infektion, aber gut. Ich bin auch nicht fertig hier. Boah! Boah! Hier ist es warm. Hier ist es krank. Wie sieht der aus? Alle! Auch alle! Ich bin auch nicht fertig. 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 das ist blöd, ich höre die zwar, aber muss ja mitnehmen ehrlich nur 10 Schuss da war es nicht gewesen, hier vorne irgendwo, nee da auch nicht war ja kurz am sterben, so da war man nicht was hier so 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 oh man, du musst mich jetzt immer erschrecken hier naja, sicher ist das hier sind Bücher viele Bücher hier 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 So, wenn wir noch drei Schuss haben, zehn, heißt, gut, das ist ein Anfang. Papier, Junge, ich bin auch nicht gekommen mit Papier, ich bin auch gekommen mit Büchern, Wissen und Leer. Jetzt habe ich da oben und ein Zeichen da oben. Enttäuscht. Ach so, das Ressort knacken. Brauche ich nicht unbedingt. Kriegen wir auch so rauf, ne? Klar, ist das andere bisschen. Leichter kann man nicht sagen, aber... Mining. Auto. Nehmen wir gleich. Zwar... Mining, Mining. Bauplan. Immerhin etwas, ne? Ohne Kunst des Bergbaus. Ähm, das... Ja. Motz. Immerhin schon was. Drei Sachen gekriegt. Schneide. Das hat doch Besuch gehabt. Das ist doch hier... Oh ja. Da brauchen wir eine Kiste. Nehmen wir gleich. Das war schon mal Erfolg. Der Lederkiste. Dessel. Bier. Koffer. Bölle. Kleebron ist gut. Ich bin voll. Ach so. Ein paar Hühner. Naja... So. Bier brauche ich nicht. Hm. Hm. Nutzen wir gleich. Hm. 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 Da ist noch nichts dabei, ne? Damit hätte ich nicht gerechnet. Das haben wir schon mal gehabt. Aber wir müssen mal sehen. Hm. Das können wir alles näher später verkaufen. Ja. Bringt das hin. Immerhin. 76. So. Ja. Wo Mission. Das könnte hilfreich sein. Und zwar... Das könnte hilfreich sein. Wenn ich ja wissen... Großer Ding. Hitzel Widerstand. Na ja gut. Das hilft das. Der Widerstand. Der Widerstand. Noch 10 Minuten. So. Meine Schutztürme. Müssen mit. Oh ja. Kein Platz. Kopftuch. Verband. Fertigen wir gleich. Eisenhower. Zerlegen. Glas könnte rausnehmen. Das können wir auch ausnehmen. Stein auch. Weil... Stein und Dix haben wir alles genug. Das sind Klimaanlagen, ne? Was ich hier gebrauchen. So. Vier. Keine Klimaanlage. Okay. So. Gehen wir nach oben, ne? So. Mal gucken. Fangen. Die. Wenn wir unten nehmen. Und. Fangen wir mit 5 an. Bisschen besser. So. 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 Gibt es hier Plunder zu finden! Ähm. Wo ist das? Gutes Stück. ich will übersehen guter mutter sein bin jetzt blind, sehe ich nicht immerhin verlegen ja war das alles guter mutter nein, hoch bisher haben wir ganz gut komm ja Cement ist hier. Oh, das ist gut, das ist ja nicht mal super, also Und Stahlwerkzeug, das ist auch gut, ich lese ein paar Pläne wieder, etwas Schraubflitten Messias für alle Schraubflitten eingestellt, sehr gut, habt ihr mitgelesen, war zu schnell, wurde so undeutlich. Muss ja echt überlegen, was wichtig ist, ne? Ja, da müssen die Dinger dann glauben, ne? Messig nicht. Ok, da rein, und Rezepte, Command, Fedding. So. Ich brauche Platz, das ist auch nichts. Das muss man nicht antun, ne? Schraubflitten. Oh. 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 Einmal Bauplan, Strahlungsentferner Mod. Achso. Oh. Oh, schau mal. Schraubflitten. Ja, immerhin, ne? Das wäre hier alles. Oh, du Lies. Oh, du Lies. ja aber p3 was er kann man brauchen Oben war noch was gewesen. Na ja, immerhin, ne? Brauchen wir die nicht herstellen. Ja, oder was? Was wollen die mir damit sahen? Wollen wir hier mal hinstellen? Wollen wir hier mal hinstellen? Wollen wir hier mal hinstellen? Ist da noch eins? Scheiße. Und zwar... Jetzt habe ich geahnt. Wieder ein Bike gebrochen, oder gestaucht? Keine Ahnung. Gut, dann gehen wir nach oben. Hier ist ganz beschuppelt. Wollen wir verlaufen? Wollen wir kurz unterbrechen? Tschüss. Wir machen gleich weiter. Tschüss. Und danke fürs Schauen. Tschüss. 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 Tschüss.